Wer macht, du oder ich? Ja, keine Ahnung! Okay, herzlich willkommen zu dem Let's Play, wo wir angekündigt haben, bitte nicht zu Hause versuchen. Yes! WWA 2K15! Ja genau, ich wollte schon wieder 14 sagen. Das ist einfach... Das sieht jetzt richtig scheiße aus, das Bild. Aber man erkennt ja, das ist der liebe Sean Sina. Und jetzt müssen wir gleich mal herandeln. Der Sohn von Sina. Und ich weiß gar nicht, was machen wir denn jetzt, Markus? Du hast das Spiel gekauft, gleich was rausgekommen ist. Ja. Was machen wir? Also heute machen wir den WWE 2K Showcase Mode. Showcase! Von Hustle, Loyalty & Disrespect. Ja, die anderen Modes sind einfach irgendwie, ich weiß nicht warum, sind einfach langweilig. Ja, es gibt sowas, Road to Nexus, NXT oder so. Nee, so Who Got NXT Mode. Aber wir machen den Showcase Mode. Den habe ich ja durch. Den rechten, wie man sieht, beste Freunde, erbitterte Feinde. Den habe ich durch, weil das war einfach echt langweilig. Ja, das wollten wir nicht so spielen. Und jetzt kommt es eigentlich, das ist schon besser. Und jetzt fangen wir gleich mal. Mit dem Siam Punk. Ja. Im Showcase Mode. Hier ist sehr geil gemacht bei dem Spiel. Das sind echte Bilder aus echten Fernsehen. Jetzt sind wir mal leise und kann es mal vorlesen. Ja, okay. Pasche und die Kanzhavelin. Ja, okay. Pasche und die Kanzhavelin. Das war mal ne Ansage hier. Um den WWE Champion. Das ist das für einen Chip Titel. Ist hier im Park der Hauptherausforderer. John Cena geht eins auf eine mit R-Truth. In einem Tablesmatch. To bring about the change he so desperately desired. The best in the world set his sights on the champion. What I'm doing out here? The number one contender. And the WWE Champion going at it. And look at Trout. Trout comes down to his head. Punk is close to the match. I don't care what he does right now, I don't think. The WWE Universe was about to learn. That the most dangerous men. are the ones that feel they have nothing to lose. There's one thing you're better at than I am. And that's kissing Vince McMahon's ass. Oh, Ansage. Do I have everybody's attention now? The only thing that's real is me. Oops, I'm breaking the fourth wall. For almost six years I have proved to everybody in the world that I am the best on this microphone in that ring. And I'd like to think that maybe this company will be better after Vince McMahon's death. Oh. If CM Punk defeats you, he's gonna walk out of here. I'm gonna be embarrassed. This iconic battle at Money in the Bank with CM Punk's proving ground. You beat to your own drum, but in the path of doing things you want to do, you've lost sight of everything. I am the underdog and you are, is what you hate. You're a dynasty. The stakes have never been higher. CM Punk walks out for this championship. Yeah! Fire! This was Punk's chance to make history. Say goodbye to the WWE title and say goodbye to CM Punk. Do I have everybody's attention now? Oh shit. So, my clear statement from CM Punk. So, he wants to pick the title. And to take it. For every price. No matter what happens. Even a man will kill him as we heard here. No. So, it would be better if the WWE... The WWE would be better. Oh yeah, yeah. Yeah, exactly. So, Man in the Bank Chicago live. On TV by WWE. This we shouldn't necessarily have to do. CM Punk won't we see. So, John Cena. I'm getting out of here. I know my god. So, that's what I'll do. That man next does. The Big Jays. The WWE Championship. A Money in the Bank. Let's look at what it comes out. We're playing CM Punk. I think so. Yeah. Yes. The big Jays. CM Punk comes with another connection. I think. So. So, CM Punk, coole Tattoos, wie man hier sehen muss. Also, CM Punk geht los und kriegt gleich mal auf die Fresse. So, füge Cina kritischen Schaden zu. Übt im Daumen gelegt werden. Ja, also auslitten, ja. Jetzt schon leichter Schaden, aber wir müssen ihm kritisch den Schaden hinzufügen. Vielleicht mal den Finisher auspacken. Ja, das dauert natürlich eine Weile, bis es mal aufblendt. Ja. Das ist nicht der normale Spielmodus. So, jetzt haben wir schon ein Signature auspacken. Das nächste Move gibt es ja zwei. Auf oberen Seite sollst du einen ausführen. Ja, jetzt pass doch mal auf. Was macht er denn hier schon? Ja, also. Und jetzt kommt der Siege in der Turmove. Nein, eben nicht, das ist eine Filmfrequenz. Eine Filmfrequenz? Ja. Sieht man hier schon. Ach so. Und schon sie noch. Nein. 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 Aber es wird noch nicht. Und sie ist noch nicht. Oh. Das ist ja auch schon geil. Nein. 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 Oh, jetzt geht's. Ah, einfach. Cool gemacht, diese Plans. Ja. Ja. Die PS4, die zungelt am besten. Durch Grafik, mit allem anderen. Und man meint, man guckt Fernsehen fast. Aber das hier ist eher so, ein bisschen wie 2K Portal. Ja, aber es soll ja auch ein Spiel bleiben. Also. Ja, und nicht gleich so... Ja, es ist echt. So, Comeback von Cena, aber das wird ja nichts. Ich hätte lieber gern Cena gespielt. Ich weiß nicht warum. Ja, es ist einfach besser. Ja, Punk. Ich war... Ja, das ist so ein Angeber. Ja, mein Gläscher. Kann da weiß. Und jetzt noch ein GTS. Go to sleep und dann haben wir's. Ja, ich sido so. Ja, ich bin nicht doof jetzt. So, jetzt kommt... Das war nicht lieb. So jetzt kommt der hässlige Signaturmove. Der oder es war Sinamove. Ja also, perfekt. Wenn du spielst, weißt du dich doch nicht so einfach. Und auf der Fresse. Wieder der Sika Naturmove. Bam, schon verkackt. Es gibt zwei Signaturmove von Timpak, aber wir machen gleich den Go to Sleep. Schlaf schön rein hier. Auf Wiedersehen. Und jetzt fällt er raus. Schon logisch, aber... Von Vince McMahon und John Lornautas, ja. Und kurze Pause hier. Ja, mach weiter. Jetzt muss ich wieder zurück. Jetzt, ich hab einen Controller. Was war warm, Junge? Ja, ich hab ihn schnau. Scheiße, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Mensch, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn, zufrieden. Ja, jetzt ist das Match gewonnen Jetzt haben wir schon mal den ersten Titel geholt, mits hier im Bank So, unser Mitbewohner hat uns wieder geholt hier, weil wir essen Wo jetzt ich am Controller, den PIN durfte ich noch machen Ui, hast du es geschafft? Ja, es war mal ein PIN, also noch ein TTS und dann ging es gleich Jetzt fressen alle und ich darf wieder zocken Ah, na toll Schickt Alberto raus, okay Ja, bleib da Okay, Alberto, Alberto, was los? Jetzt musst du kämpfen, du sprach Aber er ist Alberto del Rio Ah, er ist Alberto del Rio, na ja, schauen wir mal Nein, glaub ich nicht Doch Der ist schon drauf Ah, hm, hm, ich hab nicht so drauf an Ah, hm, 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 hm Uuu, Ansage wieder von Sien Punk Es ist leider weg, außer wir gehen. Das finde ich echt super. Also nicht das, sondern Punk in der Menge. So. Ja, das ist unglaublich. Ja, homo guna, homo guna, super. So, das letzte Play werden wir nicht nur zu zweit machen, Minecraft schon. Es macht einfach mehr Spaß zu zweit. Aber hier wieder echte Szenen. Mrs. McMahon. Dann kommt der Go To Sleep. Sehr einfach. Ja, John Cena hat immer Jordans dran. Macht Werbung für Nike. Echt? Ja. Das sieht man auch hier. Sehr schön, wenn ich ja. Das ist hier im Tank wie Chicago mit WWE Championship verlassen. Ja. So. Hat er gewonnen. Ja, und da steht er in der Menge. Ganz ehrlich, wir müssen uns das eigentlich nicht antun. Aber natürlich machen wir vor unsere Fans und unsere Abonnenten alles. Und unsere Abonnenten alles. So, die ganzen Spaßen... Der Wettbewerb-Tournament war es um ein W.W.E. Champion. Es ist ein Momentum Night. On Monday Night Roll, wir werden ein W.W.E. Champion gewonnen. Es ist das, das ist das, Mysterio. Mysterio, hit es! No! Not this way! Woohoo! Wir haben ein W.W.E. Champion! But just when you thought things were falling into place, W.W.E.'s COO had an announcement. Tonight, for the first time ever, we are going to have a second W.W.E. Championship match right here on Raw. It will be the brand new W.W.E. Champion, Rey Mysterio, defending against John Cena! Das ist ein W.W.E. Champion. John Cena. Oder doch nicht. Doch, doch. Es wäre auch cool, wenn Rey Mysterio den verteidigen würde. Ja. Ja. Ich habe ja nicht schon. Frassack. Six to one night, ja, das wollen wir nicht. Das ist zu viel für mich. Ja, die Eindaufe brauchen wir uns nicht alles angucken. So, was jetzt? Shanzina oder wer sind wir? Cena. Sina? Sina? Lass uns ein Hund aus dem Spiel. Sonst lasse ich deine aus dem Treller. Minecraft! So, wir sind... Ja, du hast welche. So? Ja, also, ich habe es aufgepasst. Es ist natürlich... Ja, dann hat er ihn halt abgewehrt. ich kann zum kaufen nur empfehlen ich bin eher da hinten der erpresser scheißen dreck jetzt haben wir moderat früher einen 5 knuckelstuffel raus dafür brauchen wir einen finisher es war auch ein share schön gekontert gerade und dann kontert er na klar das ist er hat ein comeback das lassen wir uns nicht bieten genau da habe ich für einen Moment noch was da ist er der attitude adjustment oh und gekontert das ist nicht gut das ist nicht die wir sind und da kommt der 6 von hast du auch mal das habe ich aber schön hinbekommen jetzt darf es auf x drauf bleiben du musst auf x drauf bleiben drauf bleiben bis zu dem punkt ja dann loslassen das ist ja einfach also ich wollte gerade was hinaus bin und dann hat der ding gekontert das müsst ihr euch mal vorstellen leider war ich nicht da ich bin best in dem play deshalb spiele ich immer noch einfach ja also aufstehen der mann nicht schlecht uns wissen noch weiter Der Fertigste. Das ist halt das Leben. Ja, wunderschwer. Wow hier, bleib zurück man! Hier steht voran man, von der Seite. Okay. So, jetzt machen wir mal den Signature Move. So geht der nicht jetzt an. So, machen wir ihn mal. Den Signature Move. Und aufpfotzen. Fünf Nuckelstufe. Was denn? Kann ich hier doch gar nicht pinnen, ich will dass er aufsteht. Und jetzt. Jetzt kommt er und das ist ja... Alter. Und gewinne dich auf jeden Fall. Nein, ich muss noch einen. Nein, hast du ja. Nein, ich muss noch einen. Nein, du musst noch einen. Der war ja von davor. Jaja, jetzt kommt er wieder. Ja, jetzt kannst du es abbrechen. Okay. Jetzt ist das eh geschafft. Ich muss ja noch einen machen. Ja, okay. Nein, ist egal. Nein, ist egal. Aua. Timber. Ja, übertreibst du nicht. Der geht schneller. Der geht schneller. So, noch ein Signature Move. Mit dem 5 Nuckel Stuffel. 5 Nuckel mein Schnuffel. Und jetzt hochhebeln. Nein. Mit dem da drücken. Und dann steht er automatisch auf. Und wenn du es umgedreht hast, du drückst zu Dreieck. Ui, der war cool. Und jetzt aber pin, pin, pin. Und jetzt gleich pin. Das andere wäre cooler. Aber egal. Oh, dunkel. Hoppla. Dunkel. Das hat er super gemacht. Ja, das hat er super gemacht. Ja, das brauchen wir uns jetzt nicht anschauen. Wenn man das wegdrücken könnte. Geht aber nicht. Jetzt musst du dir das mal angucken. Was für ein Sieg, man. Jetzt schau dir das mal an, wer da zurückkommt. Der Otto kommt wieder zurück. Der Otto kommt wieder zurück. Oh mein Gott, der ist so voll erstarrt. WTF? Was will er denn? Ich wäre ihn doch eh fertig. Aber dann muss er wahrscheinlich sie am Anfang sein. Der Closer Personality. Wieso hat der einen und ich? Wie geht denn das? Das ist real life. Guck, wie der John Cena gleich guckt. Wie geht das? Er ich, hä? Er ich, hä? Wie geht das, hä? Ja, hat er. Oh mein Gott, schau dir doch mal. Die klübsche Ode. Ich, äh, er, ich. Aber ich hab doch, aber... Ich hab doch... Nein, 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 nein. Ich hab doch, ey, das ist... Aber, hä, hä, hä? Wie, hä? Er hat gewonnen. Nein, hä, geht nicht. Hä, zwei, hä? Wie geht's? Hat er, hä, den kopiert von... Nee, BCS oder was? Ja, was wüsst du jetzt? Meiner ist schöner, meiner ist schöner. Nein, 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 nein. Meiner ist schöner. Was ist das? Meiner sagt, meiner ist besser. Meiner hat gefeiert. Meiner hat gefeiert. Und deine hat gefeiert. Ja, das ist... Ja, jetzt haut er gleich ab. Jetzt haut er gleich ab. The Closer Personality. The Closer Personality. The Closer Personality. The Closer is your new champion. Yeeha! Also wer ist der champion? Ich, äh, du, äh, nein. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was für ne Ding. Ja, ein Cookie. Ganz normal. Mandel-Mandel. Mandel-Cookie. Ja, bis zum nächsten Mal. Weil wir nehmen jetzt schon 25 Minuten blblbl.